Die haben wir in das Höschen ausgezogen und in den Popa versohlt. Krass Roland. Ja, dafür muss man zusammenzählen, was wir drei zusammen abgezogen haben. Überleg mal. Wir haben fast 200 Leute zusammen abgeschossen. Ja, bei 90 zu 10 ist schon ein bisschen krass. Ja, es ist halt gut gelaufen. Das ist ja das Problem. Gebt. Nochmals zu. Hat das Maschinengewehr 42 eine Menge Rückstoß? Alles Nick. Hört ihr mich? Schöne Nummer der Link. Stur zu. Oh, eins. Eins, eins. Den einen müssen wir holen hier. Die Granaden, das sitzt da drunter. Und rechts am Flusshofer steht noch einer. Guck im Moment beim Schlafschützenhaus. Ja, den hab ich. Den unten hab ich. Ich hab zwei S-Minen und noch 88 Schuss. Nur eine S-Mine. Oben Schlafschützenhaus. Guck im Moment beim Schlafschützenhaus. 70 Schuss Oh Gott Da haben wir eigentlich auch die Grafik so Unterschrauben Nein, krass 21 Gleich auch noch selber Acht Schuss Nö, ist so gut Ne, auch einer von oben Mein Gott Mein Mann sind drin Nein, aber Lass mal jemand in den Start eine Granade rein, wenn er hat Nein, danke Herr von jungen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Also ist du ok. Der hat es zu einem Daut. Beschutz von rechts habe ich gesehen. Dreh, 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 jetzt hab ich die Lacht, jetzt geht's klar ab hier. Ok, ich kette bestimmt B4. Ich brauch links einen hinter der Steinmauer, hinter mir einen links. Ich muss erstmal B4 ketten, dann muss ich mich schön zwischen und dann werde ich hier geholt. Wuhuuu! Und da war er. B4. Ich bin schon skaten auf, ja, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Es wird eigentlich so ein Lowbob bis dahin gecapt, siehst mal, seid die 6 Meter. Ich bin gleich weg, ich bin gleich weg. Es wird alles erinnert. Jawohl. Einmal auf sich? Ja, das ist doch ein Tor. Jetzt ist ja eine Achterbahn! Ja, jetzt geht's dran. Ja, ich bin bei uns. Jetzt haben wir drauf. Jetzt können wir. Wir gehen zur Kirche. Halten B4 auf jeden Preis. Ja, ich bin dabei. Wir gehen ins Lamy zur Kirche. Die haben jetzt nicht wirklich Bock hier noch auf. Auf deiner Internetleitung oder könnte vielleicht ein Problem sein. Soll decken kann man anstehen. Das drängt uns im Nady her. User in your channel timed out. Warten los durch die Stadt. Mauerweilung, Mauerweilung, Miesklapp. 4, 5, 0, jetzt aber. Wir können neutral haben. Wir brauchen nur noch. Über den Weg. Wir müssen einfach nur noch Kirche halten, oder? 5, 0, nein, wir holen uns jetzt gleich auf 1. Ja, aber erstmal halten. Warten, fahr gleich durch. Aber, Mann, bei APC. Wir gehen. Warten, wir müssen mehr bewegen. Wir gehen einfach. Warten, gleich durch. Wieder einer in der Kirche. Der von uns ist in der Kirche. Dackel, bist du unterwegs? Nee. Ich bin gerade O1. Ich hab gestorben. 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 Alles klar, Kirche. Polizei angehalten. Die Kirche bleibt unser. Irgendwo hier draußen sitzt ein verdammter Scharfschutz. Und den muss ich erstmal wegfinden. So, alle die können Polizei. Oh, guck, das sind Alternative. Dann nichts mehr rein. Lasst die Tür von Doh... ... ... ... ... ...